Musik 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 Die war ja wohl der megaoche Absoluter Aarft So eine Scheiße Wie die uns abgezogen haben, alter Ich hab so eine Krabbe Ich dachte, das wären unsere Freunde, weißt du? Ich hab gedacht, das wären unsere Scheiße. Wie Freunde, ne? Ich hab mich gestern noch aufgeregt, da schreiben die einfach noch ne Rechnung. Wer? Wer? Ja, dieser Daniel, ne? Daniel, ja. Das wär toll gewesen. Da fragt man den schon den Arsch hinterher. Ich schwör's dir. Was machen die sich eigentlich ein, ey? Ey, wir gehen mit dieser Scheiße, ich schwör's dir, da gehen wir am besten zum Rechtsanwalt, also mit denen streit ich mich nicht mehr. Wir haben keine Sekunde gespielt, wir haben auf der Straße geschlafen, wir haben denen das Essen bezahlt, was haben wir gemacht? Und vor allem, wir haben für Sachen bezahlt, die haben wir noch nicht mal was bekommen, wie zum Beispiel hier Bühnengebühr. Aber wann haben wir denn mal auf der Bühne gestanden? Ich sag euch, nie wieder unterschreiben wir noch mal nen Vertrag. Auf keinen Fall. Hier, guck mal, ich weiß, die ganze Stapel, was ist das denn hier? Kannst du alles wegwerfen? Damm, Binden, Endorsen, Handes, Raus. Raus, ja, ich mach's nicht raus. Endlich Verträge. Das brauchen wir nicht. Handes, Scheiße, ich schwör's dir, ey, nie wieder. Ja, ich schwör's dir, ey, nie wieder.